Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich bin hier bei Nick. Ja Leute, nach was sieht es hier aus? Ja Leute, ich lasse mir noch ein Tattoo stechen. Was für ein Tattoo es wird und wie es aussehen wird, werdet ihr gleich sehen Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns heute. Ich hoffe, ihr mag es. Ja Leute, wir haben lange überlegt, wo wir das Tattoo jetzt hin machen. Entweder hier vorne oder hier hinten. Wir haben uns hier vorne entschieden Leute und ihr könnt euch das gleich anschauen, wie es aussehen wird oder was es wird und welche Bedeutung das hat, werde ich parallel in einem anderen Video sagen. Und da werde ich meine ganze Tattoos euch erklären. Wir sehen uns. Boah Leute, diese Stelle ne, die tut so übertrieben weh. Wie geht es euch? Servus Leute, was geht? Ich zeige euch mal kurz, wie das schon bis jetzt aussieht. Ein kleines Zwischenergebnis. Und... RUBBADAT! Mach kein Auge, du wäsch. Mega nice. Ja, Leute, wir sind fürs Erste fertig und oh shit, wollt ihr das sehen, Leute, und boom. So sieht das Ganze erst mal aus, Leute, ich muss erst mal heilen, damit diese Wurde und alles erst mal weg geht. Ja, Leute, jetzt kann es so gehen. Jo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und Leute, bis jetzt sieht das so aus. Ich habe gerade ein bisschen Creme drauf gemacht, das kann man, glaube ich, auch sehen, weil das ist da am Glänzen. Wir sehen uns morgen wieder.